Hallo Leute, ich bin hier mit meinem neuen Freund Penn. Sag mal hallo. Hallo. Also wir haben über so viele Dinge auch geredet heute und hier ist ein sehr schlauer Mann. Er wollte 50 Euro für sein Teddybär zu haben übrigens. Also ich wollte sein Teddybär kaufen. Linear. Du hast mir gesagt 50 Euro für dein Teddybär. Das ist so viel. Das ist Linear, Leute. Okay, also willst du immer noch 50 Euro? 50 Euro. Das ist so viel. Ich bezahle nur 2 Euro. Nein, ich bezahle nur 2 Euro für dein Teddybär. 2 Euro. 2 Euro, ist das gut? Ja. Okay, dann haben wir einen Deal. Okay, jetzt haben wir einen schonen Deal gemacht. Also ich werde sein Teddybär kaufen für nur 2 Euro. Er wollte am Anfang 55 Euro und jetzt? Ich habe das für 2 Euro gemacht. Ich bin ein schlauer Mann. Ich bin schlauer als du. Ich habe 40 Euro. Zuhause? Das ist aber eine reiche Ware. Nee, hier. Hier? Ich habe meinen Koffer. Da hast du so viel gearbeitet. Wie viel? 14 Euro? Nein, ich habe die Flächen abgegeben. Und das ist das kleine. Darum habe ich 40 Euro. Wow. Also die Leute werden sehr beneidig sein, wenn sie das wissen, dass du 14 Euro hast. Die Leute werden... Nein, oder? Sag mal Tschüss. Tschüss. Nein, lauter. Tschüss. Lauter, lauter, lauter. Ja. Ja.